Moin Moin Matrosen, hier ist wieder Dizzy und ich mach mal wieder ein Let's Show Update und so, weil ich pure Langeweile habe. Alles klar, fangen wir an. Es ist nicht viel Neues gekommen, nur dieses große Gebilde da und diese zwei Türme. Schauen wir mal, was dieses große Gebilde ist. Ach, das ist die Peter-Werft. Peter. 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 Gehen wir mal rein. Oh, es ist ein Schiff. Der Versuch eines Schiffes. Ja, mit Kajüte. Die sehr spärlich ausgestattet ist. Aber die ist ja noch im Bau, das Schiff. Und so. Hat noch nicht mal ein Lenkrad. Oder Steuerruder oder wie man das auch immer nennt. Und die Segel sind auch noch ziemlich klein, aber die sind noch nicht ausgewohlt. So, und hier seht ihr auch, was ich da noch gebaut habe. Ich habe vor, jetzt hier so einen, keine Ahnung, so einen großen Kanal zu bauen, so wie hier. Das ist alles so ein bisschen mit Clean Stone auszupacken. Ja, und das war's schon. Ha, hätte da gedacht, wa? Ne, ich habe noch einen kleinen Geheimgang gebastelt. Den ich ziemlich cool finde. Und, ähm, noch ein Grund für das Video ist, ich stelle diese Welt online. Könnt ihr dann voll mit TNT-Packen und sie hochjagen. Yeah. Oder weiterbauen. Ist euch überlassen. So, zum Geheimgang. Oh, da, was, das sieht so komisch aus. Hm, mhm. Hm, mhm. Mh, mhm. Mh, mhm. Mh, mhm. Mh, mhm. Mal gucken. Oh, da geht's runter. Wagen wir's? Wagen wir's? Wagen wir's? Ja. Uh. Und, uh, was haben wir denn hier gefunden? Sieht ja sehr gruselig aus. Betet zu unserem Herrn Luciferius. Gebt ihm euer Leben. Oh mein Gott. Feuer. Tod. Verderben. Und Muffins. Tja. Muffins. Gut, und hier ist da so ein Weg, um den man wieder rauskommt. Weil wenn man runtergefallen ist, will man ja auch irgendwie wieder rauskommen. Wäre ja blöd, wenn nicht. Und der ist halt auch ein bisschen versteckt. Aber man kann ihn halt von außen auch erkennen. Zack. Und wieder Cubistone hin. So, ähm. Jo. Ladet euch die Welt runter. Habt Spaß dabei. Und, ähm. Bald gibt's ein Let's Play Together. Hoffe ich. Wenn wir's hinkriegen, dass, ähm. Wir einen Server erstellen können, der ohne Lecken funktioniert. Aber Google ist ja ein guter Freund. Also, haut da rein. Und ich priesterisiere noch ein bisschen. Peace. They. thứ. Donc. Da 뭐야. Da. cela. suite. cuộc. Day.